Ich weiß wie sie zu dir sind, aber ich bin nicht wie die Könnt ihr das Video in einem Video Könnt ihr das Paket In einem Video von euch aufmachen Ja, das machen wir jetzt Und es ist von Sahira Sahira Und ja, also das ist schon richtig krass Auch richtig krass verpackt Hier VDSCS Also richtig krass verpackt Vielen, vielen Dank Und wir gucken jetzt mal rein Boah Hier wieder VDSCS, richtig geil Und ja, hier sind verschiedene Geschenke Von, für Und Hier das erste für A-Tour Also das tun wir erstmal hier hin Das gehen wir dem A-Tour Ja Für alle VDSCS, also wir alle zusammen Dann machen wir das auch mal hier erst hin Hier nochmal für alle Also machen wir das auch nochmal hier hin Ja, machen wir hier hin Dann machen wir wieder hin So Für Lena und Laura von Sahira Bitteschön Danke Ja, danke auf jeden Fall Für Raphael Tun wir auch hier hin Für mich Dankeschön Und für Samuel Und hier auch noch richtig krass verpackt VDSCS Also vielen, vielen Dank Sahira Also wir freuen uns einfach mega Vielen, vielen Dank Und ja, wir machen jetzt mal erstmal die Geschenke auf So, dann machen wir das erstmal hier hin Boah Das sind auf jeden Fall richtig viele Geschenke Ich glaube, das sind Gummibärchen Ich glaube, das sind Gummibärchen Ja Dann tun wir das auch mal hier hin Und jetzt macht ihr mal, bevor da wir machen Schwingchang, schon wäre es drauf Okay Schwingchang Für Dustin von Sahira Geil Boah Ein Brief Cool Danke Boah Boah, was ist das? Und sie hat meine Unterschrift hier drauf gemacht Also, geil Sieht genau Fast genauso aus Also, krass Lieber Dustin Du bist der beste Rapper Oh, danke schön Mit Arthur Ihr macht richtig coole Musik Und ich wollte fragen Wann du wo das nächste Workshop Wo der Wo der nächste Workshop ist Ich finde euch Und dich Richtig cool Danke schön Also wo der nächste Workshop ist Das weiß ich nicht genau Aber Auf jeden Fall sagen wir Bescheid Wann der nächste Workshop ist Und wo Vielen, vielen Dank für den Brief Richtig geil Und da ist hier noch Ein Stempel Ja, kann man auch Da kann man hier zum Beispiel Hier Mit Herzchen Also, richtig cool Vielen, vielen Dank für das Geschenk Und ja Jetzt ist Lena und Laura dran Wir wollen das machen Ich packe es einfach mal auf Und ich Will ich es dann vorne Ja, dann packe ich mal unser Geschenk aus Wir freuen uns sehr Da ist auch Wie schon dein Gast denn Lena und Laura drauf geschrieben Oh, das Wir freuen uns wirklich sehr Und danke nochmal dafür Laura, du kannst es austacken Ja, ich packe mal aus Okay, Leute Hier sind auf jeden Fall So richtig coole Armbänder Richtig cool gemacht Ja, ich habe ja auch eins bekommen Richtig cool gemacht hier Das ziehe wir ja auf jeden Fall gleich mal an Und da ist noch was drin Wir haben auch solche Stempel bekommen Vielen, vielen Dank Wir freuen uns sehr Und auch vielen, vielen Dank Richtig krass Sahira Einfach richtig geil von dir Dass du uns so eine krasse Box gemacht hast Also wir bedanken uns wirklich davon Und wir wissen wirklich Was es zu bedeuten hat Du bist einfach krass Vielen, vielen Dank für das Geschenk Also Leute Jetzt packen wir das aus Für alle Und Ja, machen wir mal auf Also Ich glaube, ihr nehmt das größere mal Weil ihr seid jetzt zweit Ich mach das Ding so Hier Jetzt noch das mal aufmachen Oh, ich hab das schon gesagt Das hält sich Gummibärchen Haha Danke Für die Gummibärchen Mh Werde ich bestimmt erst mal essen Also Alle Ja Vielen, vielen Dank Hier ist noch ein Brief drin In dem zweiten Den werden wir jetzt auspacken Und Hier ist Naschzeug drin Das werden wir dann unter uns verteilen Hier Bonbons Und Hier dann noch So Sticks Zum Essen Schokosticks Ja Vielen, vielen Dank Für das Geschenk, Zahira Wir wissen es wirklich zu schätzen Vielen, vielen Dank Krass So ne geile Box Also Du hast dir auch mega viel Mühe gegeben Vielen, vielen Dank Und Ja Das war's auch schon mit dem Video, Leute Also Vielen, vielen Dank an Zahira Dass sie uns so ein krasses Geschenk gemacht hat Für alle Und auch Für jeden Einzelnen Ja Wir bedanken uns Und wir sagen Jetzt Ciao, Leute Ciao Ich weiß, wie sie zu dir sind Aber ich bin nicht wie die Nein, ich bin nicht wie die Oh nein, du kriegst es nicht hin Dass ich mich für dich verbieg Ich mag mich nicht wie die Denkst du, denn ich bin so blind Nein, du hast mich nicht verdient Nein, ich bin nicht wie die Glaub mir, es hat keinen Sinn Sag mir nicht, dass du mich liebst Ich bin nicht wie die